Ich mach auch noch meinen Zug, dafür bin ich ja da. Was kommt denn da mit sonst mit? Sozusagen, ja. Kann er eigentlich nicht, aber irgendwie. Ronny, da wollte ich hin! Da wollte ich hin! Ja, dann geh ich halt weiter. Genau, wollte ich ganz auch. Meine Kiste ist jeder bessere. Erstens das und dann, wenn du an einem bestimmten Punkt hin willst, dann markier es. Du hast es auch nicht markiert. Ja, aber ich hab mich auch nicht aufgeregt. Ich wollte da hin, ich wollte da hin. DALALA! Oh, jetzt ist er mit der Nase. Ich hätte ein Angebot. Erbeutet das Exklusivsturmgewehr, Havoc Pumpgun, Episch, Cobra DMR Legendär, oder automatisch X-Fahrer-Schockfinder. Wenn ihr Schlüssel habt, gerne vorbeikommen. Könnt ihr es selber holen. Ich hab einen Kampfschwung in der Bühne, die ist ebenso als ein Legendärer. Die Bühne ist besser, wenn sie Vierteljahr alt sind. Nein, 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 nein! Keine Ahnung. Da unten läuft was. Sie sind abgehakt. Äh... Wo bin ich denn damit eigentlich? Wo sind wir denn eigentlich? Wo sind wir denn eigentlich? Nein, nicht bei uns. Okay. Ups, sorry. Wo ist das, wo ist das? Ich hab nur das Gold eingesammelt. Ja, ich kann damit doch nicht all so viel mitnehmen. Wo ist denn mein NPC? Warum hat... Oh, ist der dumm. Ich hab sie hier noch durch die Wände. Ich hab sie hier noch durch die Wände. Aber echt, ey. Aber echt, ey. Aber echt, ey. Hier war doch früher mal ne Treppe. Das weiß ich noch. Oh ja, ich hab sie gefunden. Wer hat denn da einen Scanner an? Ich nicht. Wer hat dieses Schatz-Kristen-Ding an? Oder ist das... ...mein NPC, der das scannt? Ich hab's nicht. Ähm, ich glaube, ich hab den Sniper. Wo? Der NPC? Hm? Ja, dann nimm ihn mit. Naja, ich hab ihn da. Der ist ja hier. Ist kalt? Der wurde gerade geschossen? Ja, von wo? Wo bist du denn? Wo bist du denn? Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ist doch Gott, was denn jetzt los? Oh, da ist ja noch einer. Irgendwo. Ja, mein NPC macht das ganz gut. Falter. Ach, das war der Roni. Da unten ist noch einer. Run, boy, run. Da, 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 da. Den Rot zerfetzt. Das fetzt Einigung. Ich will auch was, ich will auch was. Werden jetzt geschossen. War das mein NPC oder der Roni? Das war der Roni. Das war der Roni. Das war der Roni. Ja. Der hat einen Huhn erschossen. Mit der Sniper. Mit dem lautesten Gewehr. Da hätte ich mir jetzt will was anhören dürfen, hier. Der hat einen NPC erschossen. Hm. Nein, ich hab einen Huhn erschossen. Aber Sossi hat einen Endlich. Guck, hab ich geschossen mit dem Roni. Wurde ich gar nicht. Ja. Ja. Ah, na du nicht, aber er. Das ist Müheil. Guck mal. Was war zur Achter? Der Schuss oder der Tode? Ja. Guck, 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 guck. Jetzt habe ich es gefangen. Nein. Ach doch. Doch. Warum laufen die eigentlich alle um die blaue Kiste hier außen rum? Damit du sie kriegst. Ja, ist auch besser so. Das könnten wir uns in jedem Spiel fragen. Bis so hast du was liegen gelassen, bis so hast du was. Weil, ähm, ist so. Äh, Lilla, schweres Scharfschützengewehr? Mhm. Soll ich hier jetzt planen? Warte, ich komme. Nee, ich bring's dir mit. Hä, aber ich... Nein, oh Gott, ich hab das falsche erwischt. Oh Mann. Ich seh euch schon wieder, ach da. Ich geh da rüber, ich hab grad was, ein Schwertleuchten gesehen. Äh. Hast du ein Schwertleuchten gesehen oder ein Schwertleuchten gesehen? Wo bist du? Ein Schwertleuchten hab ich gesehen. Unter dir. Stopp. Ich wär ein Huhn, ich hätt nicht viel zu tun. Danke schön. Magst du, ähm, ne automatische Experten-Schrott finden? Ach ja. Ach so. Wie komm ich denn rein? Kannst du behalten. Nee, dann lass es. Einfach liegen. Hä? Hä? Was? Das ist doof. Ach, ich bin doch so doof. Nee, alles gut. Passt schon. Ich such grad den Balkon, aber der Balkon ist... ...die falsche Himmelsüftung. Mhm. Das blinkt hier die ganze Zeit. Der voll geil. Voll geil. Voll geil. Genau wie ich selber bin. Ich seh was Besseres. Aber ich... Aber ich bin grad voll geil. Da drüben im... Dingensdorf ist ein paar Schieselle. Mhm. Äh, unter uns, am Boden, hinterm Fluss, da krabbelt was. Hä? Wo denn? Ach da. Hier unten. Da kommt noch weiter weiter links. Das ist ja vorher... ...das Zeug. Ne lustige Verschlüsse. Wenn dann muss ich jetzt runter. Hinter uns, hinter uns auch. Blau markiert. Blau markiert? Was ist denn blau markiert? Hinter uns, Nordwesten. Dann... Genau nimmt man den noch vor, weil dann sind wir... Oh Gott. Der hat noch Waffen, ich brauche noch... Äh, Scheiße, der hat nix. Was, was... Was bra... Na ja. Geht's wie wir bei den Zweien, wo wir am Strand alle gemacht haben. Da ist noch Munition und Zeugs. Ja. Oh ja, klar. Rutsch nicht voll einfach. Rutsch wo doch ein Buckel runter, oder? Gold! Gold! Hallo! Braucht irgendwer mittlere Munition? Äh, ja. Umsätzlich immer. Brauchen wir alle. Und wir sind immer die, wo auch die meisten auf dem Gegend aufgeschossen haben. Oh, warte, 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 warte. Sorry, warte, warte, warte. Das war nur der zweiten Schuss, der wir abgewiesen ist, okay. Alles reicht, danke. Da hier ist noch ne schwere blaue. Ich hab... ...lachs, rechts schon. Komm, das nen Berg nicht hoch, deswegen... Äh, lauf mal rechts. Das schwere, Alter, wird mir schon reichen. Lauf mal rechts oder links-rechts ist besser, oder? Weil die Häuser... Ähm, Schatz? Was denn? Hier? Die, äh... Ist das, das ist das dann... Jetzt lauf ich zu und dann hab ich wieder nix gesagt. Hä, wieso ist jetzt nur eine geko... Achso, stopp, ich hab die andere einstecken, bitteschön. Äh, Sip-Line. Da braucht man nicht zu sorgen, das hat keiner zu. Rot und Tower. Okay. Doch, Zipp-Line. Welcher Tower? Blau markiert. Ach, es ist nur hier ne riesen Burg. Rot markiert jetzt. Da ist grad einer hoch. Ja, und nächster? Nicht getroffen, Schnaps gesorgen. Ist klar! Ey, weil ich schließlich gehen wieder einfach einfach... Ich geh Frecker durch, ey. Der war runter, es hat zweimal Treffer gekriegt. War gut, das sind Gänger, ne? Ja, genau. Ich schieb den Baum ab, hm. Was? Wir können da drauf schießen, nochmal die nicht sehen von mir. Das, das coolste Ding, da verschwapp ich in Munition drauf. Ich glaube, ich nehm einen Ostereierwerfer mit, hat jemand. Ja. Der holt schon wieder runde. Das ist so cool, so treff ich je nix, aber muss ich gar nicht versuchen, darauf zu schießen. Wo denn? Ja. Da geht's zu bleiben drauf und runter. In MPC, die machen das öfters. Ne, zweimal getroffen. Ja, da geht mir so viel geile sind das. Komm, komm zu Papa, ein Schritt nach vorne, komm komm komm. Jawohl, 126 getroffen, das weiß ich jetzt nur noch weiß. Ich hab leider Gottes keine, keine Munition mehr für den blöden Eierwerfer. Da im Haus liegt noch einmal einer, blau markiert und hier vorne liegt Munition. Ich bin so ein Windversicht, komm, ich geb das hier oben. Hau. Hier ist noch ein Schwert. 2 zum nachwarten jetzt hab ich wieder ein bisschen munition die von raketenwerfer hab ich da mitgenommen ja hast du gesagt die haben doch schon weg das sind am rande zogen und da kommt ein heißes hochgeflogen oh was ist das unten oh der will ich, wo geht's denn hier runter hier ich komm nicht zu euch, oh doch wir sind nicht so blind wir können hier auch was der ist bestimmt hier runtergefallen der einer ist doch gestorben so leute, wo seid ihr? ich stehe gar nicht oh was kommt hier was ist denn hier gestorben? hier ist der automatische Schlüssel, da hier ist das feierwerfer so sehr bloß mal irgendwo treffen ja wenn ich hier runter komme dann gerne das war jetzt gut war sehr knapp aber gut wo ist denn mein lieblings ronny, hier ist mein lieblings ronny hahaha hahaha ja ja das hab ich gerade ausgeschlossen weil ich eine zufällige exotische Waffe erhalten habe oh ja da gibt's nen Perk, das ist so geil ja ja langweilig ich hab drei medipacks dabei, aber ich würde eher ein Spray tauschen ich hab auch drei medipacks, aber ich hab keinen Spray ne müssen wir ronny jetzt ich gebe die zuleid noch rüber und guckt da füllen noch so noch was da rennen wir da weg und zockt er dass er weg ist ja jetzt ist er zu weit weg oh hier ist ein Eisladen gespawnt in der Burg oh hier kann man eine Klinge kaufen Leute bei der kleinen hier ich hab da drüben bei der Werner markiert, aber die hat wieder keiner aufgenommen ne ich hab diesmal der Sniper dabei, da nehme ich keine Klinge mädchen da ist ne Tür neben ne Tür hau die in oh ne ist egal du müsst an auch ein ganz kleines Stück vor ne der Typ der wirft hier mit Eiswaffeln ja und das Eis kannst du essen manchmal passiert was lustiges das ist ja geil echt ja bei mir sterben die Bäume wieder nicht oh oh hier sind hier sind Kisten ich hab drei Schlüssel was gibt's denn da schöne Person ist da ich würde vielleicht gehen von nem NPC ne ups schau wie geht der auf das Sturmgewehr oh jetzt hier wieder die blöde Sprintpack ey ein paar Gäste wieder Leute auch mit der Wien ja jetzt springen die oh die Insel hab ich gar nicht mitgekriegt dass die gekommen ist das ist die du d du 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 nicht mehr leben das tut das kleine knut ich bin voll der reine das tut gut knut die schütze schaffst du stark nächste woche gibt es keine weibung politik keine was mein brand weinbrand berlin gibt es in den meisten weihnachtszeit aber das ist dann wirklich ein echter weinbrunnen also recht ja unsere kleine unsere kleine trinkerin ist die einzige die trinken kann aber nicht so obwohl aber vielleicht findet sich dann ein gentleman dass er wieder nach hause fährt genau oder es machen wir natürlich und wie im letzten schöner wo er unten auf der konto stand einfach mit so geht das nicht Pascal das geht so ich hab schon so Angst da ist ein Eierwerfer da hier warum hast du mit der Treppe jetzt gewesen? schieß mal jemand zwischen die Beine so Loot Island wird grad vom Nebel verschluckt was war mit der Treppe Ronny? äh mit der Treppe? achso ihr standet auf so ner Treppe unterhalb und ich guck so runter und hab grad unten umeinander rumgetanft dann hab ich dann bloß gemeint ähm dass ich nix dagegen hab aber tu ihr nicht weh hast du das gesagt? ja ich bin doch ganz freundlich pass mal bitte auf der wird wieder irgendwo geschossen ja mit einer Sniper die so schön getroffen hat mein Kopf auf der kleinen Insel in der Mitte dort wo es leuchtet oh äh hups da war mein Deckmund einmal weg saftgeschossen einer Deckmund also hier unten wenn da einer rausklicken fällt ne dort war der Sniper den müsste er noch holen jaa was denn? ne in dem Moment wo ich rausgeschossen hab war plötzlich der Stein weg ein Sniper wenig hier ah weiter oben drüber jaja das sind noch da jaa oh das ist klar der Helm auf Vorlang steckt und wird ein Baum im Wege unten ist wieder einer der holt den Typ ja und da oben ist ein Auto schießt das Auto krass gut nehm dir grad einen? ja ich bin da reingelaufen ja wenn man nicht ewig zahlt da hinten laufen sie das ah jetzt sind sie runder auf der Brücke auf der Brücke einen an ja in dem Moment hüpft er wieder ist klar Aua Aua oah äh äh ok so weit drüber kommst du dann doch nicht so und die haben grad ihren scheiß Sniper wieder geholt Mangel oh so 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 geil gute Waffen Aua ich sollte jedes Mal den Augenblick springen ey das gibt's doch nicht ey wir sind Sniper leider nicht weiter links weiter der ist auch hinter dem Felsen unten auch der ist weg hinterm Felsen unten nein hinterm Felsen ist noch einer ja ok ich geh mit hin ja rechts jetzt ist doch gescannt und weiter oben vom Berg hat er eh was geschossen und weiter oben vom Berg hat er eh was geschossen hält dich doch an den Kopf m und god ich bin tot oben auf dem Berg ich markier's wo denn da hinten auch an der schräge oh mein gott ja ich sehe drüben ist aber noch ein schreiber den ich gerade bisher ja bei mir ist was hinter mir der einer ist dauernden das ist noch etwas weiter das auf dem boden hinter mir wird geschossen das bin ich leute da kommt was gelaufen ich liege die ganze zeit unter dir geht aus der mitte weg jetzt weg 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 steiger von links ja hinter uns auch jetzt bin ich doch die ganze zeit ja ich bin wenigstens ein kleiner dort wo ich sein muss wo ist der eine noch oder die vor der saskia vor der saskia direkt ja weil ich die scheiß waffe aussammeln wollte aber da schießt noch jemand anderes drauf das sind doch drei teams sind es doch ach du scheiße ja direkt da roh blau markiert komm rin ich sag schon die ganze zeit kommt rinder ich schaffte es doch locker jetzt noch kommt reiß ich mich zusammen jetzt man nein der kommt zu saskia die saskia hat aber im baskal gerade nicht mehr eingesammelt ach du drecksau mann ne die idee ist aber in fuß geschossen worden ich habe es gesehen sie musste zurücklaufen ja genau hätte ich jetzt eingesammelt ja und ich kann jetzt nicht mehr